ja servus leute heute mal ein etwas spontaneres video ich bin vorerst von der arbeit gekommen wir haben reise gekriegt das wird umgeschichtet deswegen ist da schon angefangen das wollte ich euch aber nicht vorenthalten weil wenn der greifer schon mal im einsatz ist dann solltet ihr den auch sehen viel spaß so Das war's. Der Greifer ist extra für solche Fälle gebaut worden, weniger zum Holzpoltern oder Holzschlichten, sondern vielmehr um Reisig, was wir immer mal kriegen, auseinanderzubringen und zusammenzubringen, weil die schlichten das immer wie die LKWs hierher, das kriegen wir immer nicht mehr voneinander. Der Greifer ist vor der Garten, und der Schloss für die Schloss ist, wo wir быстрest, dass die Schlosser oder so etwas eher größer sind. So, ich glaube, wir haben hier keine LKW-Kontaze. Wir haben hier ein bisschen mehr als Siegel gemacht, wir haben hier noch eine LKW-Kontaze. Die LKW-Kontaze. Die LKW-Kontage schuldigte den Rother in die Schlosser. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020